so jetzt fahren die ersten los halb zehn soll hier schluss sein halb zehn wird hier langsam aufgelöst gehen wir mal eine wurst essen bierchen trinken vielleicht noch ein bisschen sprechen mit den leuten nicht vergessen bauern sorgen für den essen das war eine äußerst wichtige elementare botschaft und grundlage für uns alle gut gelaunte gut gelaunte gesichter sieht man hier viele viele junge das freut mich besonders hallo